R.M.T. Das Rhein-Neckar-Theater Das große Staffelfinale von Prinzessin Su. Ich bin wegen der Kohle hier, nicht wegen der Frau. Nicht wegen der Frau? Sag mal, hast du Augen im Kopf? Das ist eine Göttin. So, ganz ehrlich Matze, wenn Frauen vergöttert werden wollen, dann sollen sie nach Indien fliegen und muh machen. Drei Kandidaten stellen sich dem ultimativen Kampf um das Herz ihrer Traumfrau. Einmal hab ich all meinen Mut zusammengenommen und ein Mädchen in der gemischten Sauna angesprochen. Oh Gott, was hast du zu ihr gesagt? Hey Süße, wie hat's dein Vater fertig gebracht, aus nur zwei Eiern so eine geile Torte zu backen? Frauen reagieren gern und zwar über. Jede Kleinigkeit bringt sie aus dem Klo. Oft sind sie mit ihrer Reaktion über. Die Kassetten hatten ein A- und B-Teil und dann ist ja auch nachvollziehbar, dass der Nachfolger dann CD heißt. Die letzte Minute der Waschmaschine, die viereinhalb Wochen lang, viereinhalb Wochen lang statt Meetings und Dates, alle Folgetermine. Wenn du kommst überall zu spät, viel zu spät. Was schleppst du denn da mit mir her? Und wie nehmen sie? Was? Nein! Hau! Hose runter! Hör doch mal auf, der ist ganz normal, absoluter Durchschnitt. Europäischer Durchschnitt. Beweise! Muss ich dich zwingen? Hör doch mal auf, der ist höchsten sechs Zentimeter vom Boden entfernt. Es kommt nicht auf die Größe an, die Technik macht es aus im Allgemeinen. Es kommt nicht auf die Größe an, das steht bei vielen Männern auf den Grabsteinen. Jungs sind halt ein Traum, auf uns kannst du bauen, uns kannst du vertrauen, wir sind ja keine Frauen. Das ist ein Traum.